Oh, wo bin ich hin? So ein Rand-Teleport-Buch, oder was? Nee, da kannst du Warp-Pages reintun und die Warp-Pages kannst du beschriften mit jeder Location, die du willst. Ah, nice. Und du weißt gar nicht, wo du jetzt hin bist? Doch, vor unserem AI und jetzt gerade bei ManBean. Äh, was hat mich gerade vor den Blatt-Alltag geportet? Simon. Sehr wahrscheinlich Simon. Ich bin hier beschäftigt mit den Äpfeln und so weiter. Also Simon. Was hab ich da jetzt noch für Stäbe? Feuer, Eis, Schock, Pace's Curse ist auch immer nett, Nine Hells, Primal-Warding-Eco-Crate. Was war denn das jetzt hier für ein Brrrr? Schockstab! Ich versuch gerade die Endermen zu killen. Ein schockierendes Erlebnis. Ja, nee. Einfach nein. Wie viel Schaden macht ihr jetzt eigentlich? Macht ihr hier mit Schaden? 80, 79. Ich hab aber auch Riesenrüstung an. Also, Protection 5 auf allen Teilen. Hä? Das kitzelt. Hör auf. Moment, Moment, Moment. Äh, das kitzelt. Flammenwerfer. Äh, warte. Lette gerade. Jetzt hast du wieder Schock ausgewählt. Wie dumm. Hm. Den wollte ich haben. Du hast da Mist abgemacht. Warum macht das dir Schaden? Keine Ahnung. Bleib hier. Nein! Schade ich dir selber. Schau mal, das sind Eiskügelchen, die da hinfallen. Voll interessant. Toll. Ja, ähm. Wollen wir mal ein bisschen Quests weitermachen, oder? Wie sieht's aus? Oh. Ich hab noch ein paar, ähm, Stäbe, die ich ja nicht testen will. Dann mach mal. Hehehe. Was, was für ein Fluch ist das eigentlich? Was geht's da? Es gibt nur zwei. Ach, wie langweilig. Oh, und es teleportiert mich. Es hat mich auch teleportiert. Es ist nett von niemandem, aber... Trotzdem bringt es dir nichts, weil du so tust, als wärst du das nicht. Diesmal tu ich's ja nicht, nur. Hm, ich brauch echt irgendeine Longrange-Waffe. Wo bist du gerade? Ich hab noch was, was ich tun muss. Markus? Was denn? Ich bin wieder beim Eddie. Da war ich doch auch gerade. Ja, komm nochmal. Hör auf, du bist nicht witzig, nebenbei, ähm... Ui. Was war das? Das waren Explosionen. Federmäuse. Brennende Federmäuse. Nein, deswegen. One fuck off nine health. Ich find's toll, dass es die Dämonen einfach nicht interessiert. Ja, gell, ich werd angegriffen von... ...Kurby und... Nö. Ich wollt nicht, dass er dich angreift, aber du standst gerade da. Ah ja. Own one focus primal. Ich hab keine Ahnung, was der alles kann, aber der kann alles, glaub ich. Nein, es ist der Fallwärtsfokus. Hm. Nebenbei, ähm, dein scheiß Kerl, der macht mir grad ziemlich Schaden. Mh, der... Mh, der rächt sich nur. Ich glaub, ich stell den jetzt mal irgendwo hin. Und warum brenne ich jetzt plötzlich? Weil der Kern uns nicht alle angreift gerade. Das ganze Booty brennt schon. Und leicht übertrieben. Oh, eine Primärkugel, die... ...wohin fliegt? Was macht die? Wo bist du? Ach, da bist du. Oh, die fliegt so durch die Gegend. Hab ich gesehen, was macht die denn? Explodieren. Wann? Wenn sie auftrifft. Oh. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ähm, auf eigenes Risiko. Ist du jetzt so groß? Vielleicht. Entscheint er doch nicht. Okay, kein Bock mehr. Er hat mir Schaden gemacht. Was denn das für ein doofer Dämon? Ich sag, der soll stehenbleiben und der teleportiert sich trotzdem zu mir. Ja, das ist ein Ungehorsam, nö? Und was ist mit Korbi? Was hast du schon wieder mit Korbi angestellt? Ich wurde von diesem Dämon angegriffen und eigentlich wollte ich ja eh nicht mehr weitermachen, weil ich nichts zu tun habe und auch nicht dazu gezwungen werden wollte, Spaß zu haben. Doch, du musst jetzt Spaß haben! Deswegen höre ich auf. Eigentlich habe ich gedacht, wir würden doch doch im alten Pack spielen. Dann hätte ich nämlich jetzt eigentlich eh den wichtigen Teil erledigt, nämlich Soundcraft. Dann hätte ich nur noch einmal mitkommen müssen oder so. Ja, du wolltest ja dein Primal-Ding da nicht. Ja, weil... für den bin ich noch nicht bereit. Aber jetzt die ganzen Sachen zwischenmelzen, da habe ich gerade ehrlich gesagt keine Lust zu, weil... Machst du auch automatisch? Ne, mache ich nicht, weil das anstrengender ist und länger dauert als alles andere. Ja, anfangs, aber danach war alles viel einfacher. Es gibt kein Danach mehr, das ist das Letzte, was ich brauche. Du bist nicht nur auf diese Questline fixiert. Doch, bin ich. Nö. Soll ich schon sein? Wer sagt das? Ich sag das. Da fixierst du dich aber selbst. Ja, weiß ich. Warum tust du sowas? Weil ich ja fast anders gerade keinen Bock habe. Hm. Dann mach dir Bock. Nö. Wie kriegt man die Wall- Ah, mit der Spitzsache. Natürlich. Ich hau mir eine Spitzsache auf dem Wall-Ross ein. Damit ist das weg. Macht Sinn. Ich kann meine Dämonen auch teleportieren. Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich so ein Massen-Failporting auf die Risps anwende? Ich bin nicht da, versuch's ruhig. Interessant, interessant. Tut sich was? Ähm, ich sehe nichts. Doch, die Risps sind überall. Oh nein. Genau. Leer dich nicht, nein. Oh, komm. Gibt die Welt ja richtig unsicher. Alla, für die Mob-Falle wieder sicherer. Ja, und? Dass die Mob-Falle sicher ist, interessiert mich wenig. Wir haben Prioritäten setzen, außerdem lagst du dann jetzt ein bisschen was weniger. Ja, weil sie jetzt überall frei rumschweben können. Ja. Deswegen lagst du weniger. Ja, die spawnen auch jetzt langsam. Nein, das tun sie nur, wenn wir nicht in der Nähe sind. Und hier wird alles gechunkloadet. Oh, ich weiß nicht, was du hast. Ich finde, das sieht schön aus. Es nervt. Ich glaube, ich werde heute ziemlich oft runterfallen. Nimm dir Flugtränke. Hab ich. Ja, das passt doch alles. Nervig. Wow. Dann packt man den Chunkloader halt weg. Der war doch irgendwo da oben, ne? Der was? Den Chunkloader. Also mal ausschalten. Und dann kurz in den Nether gehen und wieder zurück. Wir wollten ja eh da runter und Kram abbauen. Ja, aber darauf wollte ich eigentlich anspielen, dass du irgendeine schöne Waffe vielbaren sollst. Irgendeine schöne Waffe. Oder ein schönes Tool oder ein Zauber. Ein Zauberbaum wird schwierig. Du hast Pepplemented nicht geguckt, oder? Nee. Der hat da, ich kann es ja jetzt erzählen, der hat da mit Blood Magic, hat der einen Spell gemacht, der war irgendwie, ja, wie groß war das, der Bereich vielleicht 30x30x30 oder so. Und Dreck, alles kaputt gemacht hat und nichts verschwendet hat. Der komplette Dreck ist in sein Inventar gegangen. Okay. Gut, das ist ein bisschen was Overkill. Nein, sowas brauchen wir. Alter, diese... Was macht der der Zauber hier nochmal? Ach, der fegt die hoch. Genau. Äh, ja, bei mir aus können wir dann uns mal daran machen, die Advanced Spells. was weiterzumachen. Und du so, Melanie? Äh, jo. Jo, Rumhaar, Rennen und Pech haben. Gerade wieder mal, wie interessant hier ist. Na, ich glaub, ne, Brötchen wäre besser. Das, nicht so... Ich rass gleich aus, ey. Äh, wollen wir deine Brü... in einen anderen Channel wechseln? Das kommt auf die anderen beiden an. Das ist ja nicht kacke, eigentlich gesagt. Aber ihr beiden nehmt auf und wir spielen. Ja, ich find's auch kacke, dass Kalki auch gehört hat. Aber gut. Ja, du kannst mich gerne kacke finden, damit kann ich leben. Mhm. Aber warum sitzt und nichts tun, brauch ich nicht. Dann mach die Arbeit. Wie kann man das mit Blitzen auch noch machen? Welche Blitze? Die Blitzzauber. Äh, war da nicht ein Buch? Ich hab doch zum Buch geschrieben. Ja, 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 ja. Insta House, Random Tale, Flintstil, Feuerhauer, Geist hier, Hyperflug. Äh, du hast aber nur auf Zombie gemacht bisher. Äh, ja. Den Rest kannst du dir ja denken, schätze. Äh, klostern wahrscheinlich. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Hatten wir fliegende Dämonen? Nee, ne? Hm? Wir fliegende Dämonen hatten wir irgendwo. Können die die Arbeit ja machen. Nicht, dass ich wüsste. Ja, stimmt, warte mal. Was passiert eigentlich, wenn ich meinen Dämonen rauslasse? Was bin ich eigentlich, wenn ich meinen Dämonen wieder finde? Der ist ja irgendwo hier gelandet. Irgendwo irgendwo. Irgendwo. Äh. Ob ein Feld. Ah, ja. Okay. Oh, okay now. Oh, okay now. Komisch. Plötzlich greifen sie mich nicht mehr an. Hm. Ist faszinierend. Das finde ich echt komisch. Warum greifen sie mich nicht mehr an? Freu dich doch. Hm. Jetzt hab ich die ganze Zeit so'n Fettsack, der mir in den Weg geratscht. Ist auch nicht grad toll. Kannst du einen kleineren Dämonen nehmen? Nee. Du hast Spaß? Nein, aber wir wüsst. Nein, aber wir wüsst. Die haben noch nicht mehr auszubauen, aber... Aber gut. Oh Mann, Simon. Egal, Kisten brennen nicht, den Rest kann wieder aufbauen. Ach Gott, hier auch. Vom Regen getraufe. Naja, interessant ist es trotzdem. Jetzt greifen sie mich plötzlich wieder an. Dumm Viecher. Haben wir nicht feuerlischt oder irgendwas? Ich glaube nicht. Probier mal Wasser. Ja, ich habe Wasser überall. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Wenigstens werden die Wisps. Ich brauche auch irgendein Feuerlischt. Na wohl, Feuerlischtbocken der Dämonen. So, jetzt reicht es mir. Flug Potion. Ich brüchte Heilung, Corby. Äh, da. Wie gekonnt, es ignoriert wurde. Gut, also merken, Blitze versorgen Feuer. Feuer ist doch gefährlich. Ich... Mückel? Und du machst weiter. Hier hinten ist ja nur Stein. Und Laser. Die machen sowieso Feuer. Und den Reaktoren... Ach, den schalt das schon nicht. Ein bisschen Überlastung da. Eben. Ist eigentlich gut sogar. Was? Und noch mal ne Extralatung hinterher. Hm? Benni? Hm? Muni. Das gepaart mit deinem Makro. Wär das nicht schön. Hinter dir. Ich könnte sie doch nehmen. Ich war fast leer. Du schießt dreimal nach mir an. Ich wollte nur noch keiner. Wir sind hier jetzt zu dritt. Ja, Schüsse. Ja, aber auf der Karte müsste es bezieht sein. Ja, machen. Mal Möglichkeiten, ein bisschen was vom Holz weg. Hm. Ich geh mal auf die Grasplattform. Oh ja. Bist du noch da hin? Boah, na egal. Ja, da hinten. Da hinten? Oh. Na ja, ist er. Kann ich dich spotten. Nee. Da hinten? Wo ist meine? Wo ist meine? Du hast fast bis zum Orbitalangriff. Wenn du in Richtung A guckst. Davor ist ja so ein Gebirge. Und jetzt von oben. Jetzt machst du richtig Orbitalangriff. Ah, da. Da haben wir noch einen. Ich hab mir gerade einen langlaufen. Moment. Ah, da unten. Da unten. Episch. 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 Okay. Bauch brennt. Ach, klar. Äh, was ist denn das? Ist das ein Bananenbaum? Wenn ja, dann ist er egal. Huh. Typ da hinten, der Monikon. Nee, Bananenbaum ist hier links. Ach so. Aber nochmal ganz ehrlich, um irgendwie so ein bisschen die Qualität aufzurecht zu behalten, sollten wir nicht doch den Kanal wechseln. Nö, nö. Ist alles in Ordnung. Wie du meinst. Welche Qualität. Genau welche Qualität. Ja. Die Qualität des, ähm... Ich bin das Arschloch, was nicht länger aufnehmen will. Und ich bin, ja. Genau diese Qualität. Du machst nichts, was dagegen spricht. Äh, doch. Dinge, die eigentlich wirklich irgendwie interessant sind. Und mich das wundert, dass gerade du die Qualität aufrecht erhalten wirst. Das seh ich übrigens nicht als Beleidigung, sondern ich ignoriere das, ne? Boah. Und man kann nicht alles im Leben verdrängern. Nein, da ist Holz in der Nähe. Ist das nur für Kartikorbi? Ja. Ich sehe auch, dass das ein extrem schlechter Werfer ist. Nehm's zurück. Er ist ein guter Werfer. Ich gehe andersrum. Er ist tot. Aber wir brauchen beide Muni. Ja. Ach, ja. Ich bin schon... ... faszinierend. Okay. Nein! Ich muss nicht mehr. Gutes Leben. Ja. Ich faszinierend raus. Hallo? Ja. Weil ich möchte hier weg. Ja. Mir leckt gerade ein bisschen. Ein bisschen? Ähm, ja. Ich habe auch keinen Vollbildschirm irgendwie. Ja. Hat's... Hat's bei mir auch... Ich habe auch gerade keinen Vollbildschirm. Hat einfach rausgeklebt und das gelassen. Aber es läuft gerade, also. Ja. Aber automatisch deswegen. Wenn das jetzt raus... äh... mich rausschmeißt, bin ich zum Arsch. So eine tolle KD hier. Viel besser als deine. Ähm. Ich habe gerade meinen eigenen Baum in den Weg gefahren. Geil. Was? Ich habe mir selbst einen Baum in den Weg gefahren. Äh, das hast du toll gemacht. Ich weiß. Oh. Gut, dass meine sehr tolle KD hier geblieben ist. Gut, dass meine sehr tolle KD hier geblieben ist. Achso, ich hatte, ähm, ein Upgrade für einen Panzer. Ah. Kann ich jetzt schneller nachwarten. Ich saß zwar nur einen Panzer und habe irgendwo draufgeballert, aber okay. Gibt trotzdem Punkte. Ja. Und ich habe wieder Vollbild. Ich nicht. Glaube ich. Raustappen nochmal auf das Battlefield draufklicken. Jetzt. Ja. Bleiben wir in der Runde, oder? Na ja. Nein, irgendwas stirbt. Hä? Ich glaube mein Dämon hat gerade, äh, ist gerade erstickt. Okay, noch eine Runde, dann muss ich ins Bett. Ach man. Ach ja. Ja. Morgen um 8 raus. Hu hu. Warum? Weiß nicht mal 8 raus, sondern um 9. Ach wasi. Ich muss noch Haare waschen, halb nun in der Schule, halb, ja, halb zwölf in der Schule hin. 3 ist Grillen. 3 ist Grillen. Ja, ja. Ja, ja. Und abends können wir dann wieder... Warte um mich. Warum ist voll nicht immer so weit von den Jeeps weg? Ich sehe gar nicht wo du bist. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Also ich hätte ein neues Visier freigeschaltet, jetzt habe ich wieder erst mit dem... ... roten Kreis und dem roten Punkt da drin. Ah, also holo. Ja. ... Montere Wirtualspreparation. Ah ja. ... das ist wieder... ... also ganz viel Hording. Okay. Und da wird es ja noch nichts mehr zustande bekommen. Ich glaube, hören wir vielleicht doch auch auf, oder? Hä? Wo Hording Kiel? Hm? Horden Quests, Hording Kiel. Okay, wo? Wollen wir jetzt zu R oder zu DC? R. Okay. Von hier aus geht immer A. Obwohl wir Arbeit eingenommen, oder? Ja, ja. Na? Oh, na dann. Tschö. Tüdelü. Und Panzer, oder? Ja, verabschieds nicht. Na gut, was solls. Tschö.